Allgaier ist der Partner der deutschen Automobilindustrie für anspruchsvolle und komplette Lösungen im Premium-Segment. Seit über 100 Jahren. Im Zentrum der deutschen Automobilindustrie bei Stuttgart gelegen, bietet Allgaier seinen Kunden innovative Ingenieursleistungen und effiziente Produkte im Werkzeugbau, der Kaltumformung und der Fügetechnik. Allgaier Automotive und Process Technology bilden zusammen einen schlagkräftigen internationalen Konzern mit fast 2000 Mitarbeitern in elf Gesellschaften. Die hochmodernen Automotive Produktionsstandorte in Mexiko und Europa liegen logistisch nah bei den Werken der großen OEMs. Leichtbau, Innovation und Ingenieursdenken sind die Kernkompetenzen von Allgaier. Komplette Systeme für die Außenhaut in Aluminium und Stahl. Komplexe Strukturteile aus hochfestem Stahl. Einbaufertige Komponenten wie Drucktanks und Batterieträger. Die hocheffizienten Werkzeuge von Allgaier werden von allen führenden europäischen Automobilherstellern genutzt. Auf unseren eigenen Tryout-Pressen optimieren wir alle relevanten Faktoren wie Materialeinsatz, Ausbringungshubzahl und Bauteilqualität. Allgaier bedient die komplette Prozesskette von der Machbarkeitsstudie und der Patententwicklung über die Werkzeugentwicklung und Teilefertigung bis hin zum Zusammenbau von Systemkomponenten als Prototyp oder in Serienfertigung. Allgaier ist Spezialist in der Aluminiumverarbeitung von Strukturteilen und Außenhaut, sowohl in der Umformtechnik als auch in allen marktüblichen Fügeverfahren. Von der Produktion just in time ins fertige Fahrzeug. Allgaier ist die Nummer 1 in der Umformung von Aluminiumkarosserie-Teilen. Jährlich werden mehr als 10.000 Tonnen Aluminium und mehr als 80.000 Tonnen Stahl verarbeitet. Mit der Entwicklung des weltweit patentierten Kaltumformverfahrens VarioTempo hat Allgaier einen entscheidenden Technologievorsprung im Leichtbau. Mit dem VarioTempo-Verfahren werden Gewichtsreduzierungen ermöglicht, bis zu 40 Prozent der Kosten eingespart und die Produktion leichterer Bauteile vereinfacht. Dies reduziert den CO2-Ausstoß in der Produktion der Automobilhersteller, senkt die Produktions- und Energiekosten und macht die Fahrzeuge effizienter. Weltweit profitieren Kunden von anerkanntem Allgaier-Know-how. Alle Mitarbeiter werden in Zusammenarbeit mit den besten Ingenieursuniversitäten umfassend geschult und weitergebildet. Die Ausbildung erfolgt weltweit in eigenen Lehrwerkstätten im dualen Ausbildungssystem. Moderne Arbeitsbedingungen sichern die hohe Qualität und machen Allgaier zu einem attraktiven internationalen Arbeitgeber. Wie die Mitarbeiter sind auch die globalen Standorte digital vernetzt. Produktion und Prozesse werden digital mit zertifizierten Tools gesteuert. Allgaier steht in einer langjährigen und engen Beziehung zu seinen Kunden. Mit seiner eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, den modernen Fertigungskapazitäten und dem breiten Angebot an kompletten Systemen ist Allgaier für die flexiblen Anforderungen der globalen Märkte bestens aufgestellt, um auch in Zukunft anspruchsvolle Lösungen in Premiumqualität zu bieten.